Frank! Was machst du denn hier? Kimus habe. Ich brauche dich. Sie kommen. Ich kann es fühlen. Hör zu. Ich bin im Ruhestand und ich bin glücklich. Wir sind glücklich. Du hast seit ner Ewigkeit niemanden mehr umgelegt. Das ist was Positives. Dann nimm die Kleine eben mit, wenn du dich dann besser fühlst. Die Kleine kommt nicht mit. Nicht mit? Wohin? Ja? Ich wurde gerade vom MI6 ersucht dich zu töten. Offenbar stehst du ganz oben auf Interpols Fahndungsliste. Was hast du gesagt? Du musst das Leben genießen, solange du noch kannst. Das ist hoffentlich ne Stange Dynamit in deiner Hose. Die hab ich mir für Notzelle aufgehoben. Na ja, das ist doch irgendwie Notfall, oder? Hallo Frank, ich hab dich vermisst. Na, wie läuft's denn so? Ja, Frank, wie läuft's denn so? Ist... ist der Kofferraum ein... ein Mensch? Ja. Da er noch immer wieder los ist. ерinen 0 0 0 1 I'm into something